Mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin. Meine Schülerinnen und Schüler tragen zum Teil Mund-Nasen-Schutz, zum Teil nicht. Aktuell war es noch keine Vorgabe hier in Berlin. Es könnte noch kommen. Also müssen wir uns mit diesem Thema noch mal etwas inhaltlich intensiver auseinandersetzen und uns mal ein paar wissenschaftliche Studien zum Beispiel zu dem Thema angucken. Ich möchte daraus nur einen kleinen Ausschnitt zitieren, den ich jetzt besonders interessant finde. Und zwar aus einer Studie von Daniela Prusa, eine Diplom-Psychologin vom 20.07.2020. Die Studie ist überschrieben. Studie zu psychologischen und psychovegetativen Beschwerden durch die aktuellen Mund-Nasen-Schutz-Verordnungen in Deutschland. Stand Juni, Juli 2020. Das Abstract ist etwas schwer zu verstehen. Von daher werde ich da jetzt gar nicht im Detail drauf angehen. Aber die Teilnehmer an dieser Studie, diese 1010, wurden halt dazu befragt, was sie denn am meisten stört an der Mund-Nasen-Schutz-Verordnung. Und diese Dinge möchte ich Ihnen einfach mal vorlesen, weil das wird bei uns ja auch nicht anders sein. Die Dinger, die trägt man ja nicht freiwillig oder zum Spaß, sondern da wird ja etwas mit bezweckt. Und muss man dann auch mal rauskriegen, ob denn das realistisch ist oder nicht oder sinnvoll oder ob es vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Also, was stört uns daran? Der Druck, der Zwang, die Angstmacherei, ohne wirkliche Belegung bzw. ohne zweifelhafte Akteure, die Geld von noch zweifelhafteren Zeitgenossen bekommen und somit nicht unabhängig und neutral sind. Die Hilflosigkeit, all dem ausgesetzt zu sein. Zitat 2 Dass der gesunde Menschenverstand Pause hat, die negativen Folgen überhaupt nicht beachtet werden. Zitat 3 Es wird zum gesellschaftlichen Zwang. Sogar mit Asthma traue ich mich nicht ohne Maske in ein Gebäude, weil die Leute mich regelrecht attackieren. Zitat 4 Dass es eine Demonstration von Macht unter dem Deckmantel der Solidarität ist. Zitat 5 Die Tatsache, gegen besseres Wissen handeln zu müssen, es ist wie eine Vergewaltigung. Zitat 6 Dass sie in fast schon religiöser Manier verteidigt wird. Zitat 7 Dass sie ein Symbol der Unfreiheit ist. Zitat 8 Diebstahl des Gesichts. Zitat 9 Das Versagen von Exekutive, Legislative, Judikative sowie der Presse. Ich fühle mich zutiefst gedemütigt, werde nicht mehr als Mensch angesehen, sondern als Virus. Dass sie genutzt wird, um gesellschaftliche Veränderungen einzuleiten. Erst erklärt man, wie sinnlos und gefährlich ein Mund-Nasen-Schutz ist und sechs Wochen später wird er zur Pflicht. Dass sie im umliegenden Ausland nicht gilt und bei uns als heilige Kuh angesehen wird. Es ist ein Angriff auf meine Persönlichkeit. Ich fühle mich gegängelt und angegriffen durch die Verordnung, auch weil ich kein Auto habe. Sie haben den einzelnen Menschen nicht im Blick, der zum Beispiel immun, sensibel oder taub ist. Dass sie eine Pflicht ist und keinen Freiraum bietet für Menschen, die angstfrei sind und diese Krise kritisch sehen. Verzweiflung, da keine Möglichkeit besteht, dem zu entgehen. Ich kann nicht mehr unbeschwert irgendwo hingehen. Mangelnde Fahrtauglichkeit. Dass sie ohne Grund aufrechterhalten wird und immer wird uns Angst gemacht. Ich fühle mich erniedrigt und habe das Gefühl, dass es einfach nur eine Schikane ist. Ich empfinde es als die größte, mir jemals angetanene Demütigung. Die schlimmste Ungerechtigkeit, die ich bisher in meinem Leben ertragen musste. Der Ausdruck der Reduktion von Menschen auf eine gefährliche Virenschleuder mit einhergehender Entmenschlichung. Gefühl, dass ich in meinem Körper nicht mehr sicher bin. Fühle mich nicht mehr sicher in meinem eigenen Körper. Todeswunsch. Die meisten Menschen halten sich dadurch nicht an den 1,5 Meter Abstand. Spaltung und Entmenschlichung der Gesellschaft. Atomisierung der Gesellschaft. Was es mit der Gesellschaft macht? Sie schürt Angst, schürt Misstrauen, schürt Denunziation. Der Versuch, Menschen durch Angst zu kontrollieren. Ich verzweifle an den Menschen, die es alles mitten machen und Angst vor dem Virus haben, weil sie sich nicht informieren. Ich kenne diese Manipulation aus der DDR und habe Angst vor einer Diktatur. Dass sie scheinbar nur dazu dient, den Menschen weiterhin Ängste einzuimpfen. Es ist also, ob wir denken sollten, mein Atem könnte jemand anderes töten. Ich darf deshalb nicht atmen und werde dafür bestraft. Wir sehen alle aus wie Sklaven, ohne Rechte, ohne Meinung. Sie ist eine Drohung. Zombifizierung. Dass einem der Zugang zu Lebensmitteln unnötig verwirrt wird. Über der Gesellschaft liegt ein unangenehmer Grauschleier. Ich fühle mich durch die Politik stark betrogen. Dass meine Intelligenz seit Monaten verhöhnt wird. Nachweislich keine Pandemie durch Killer-Virus vorhanden. Gefühl des Ausgeliefertseins, da ich zur Maske gezwungen werde. Verletzung meiner Würde. Die Verordnung ist die konsequente Umsetzung von falschen Annahmen. Diese Verordnung auch noch unter Strafandrohungen zu stellen. Entzweihung der Gesellschaft durch Falschinformationen der staatlichen Medien. Dass hochkarätige Wissenschaftler ignoriert und diffamiert werden. Dass die Erforderlichkeit einer neuen Normalität bis hin zur Erfindung eines fragwürdigen Impfstoffes suggeriert wird. Ja, das ist all das, was wir bereits im Juli wussten. Wie sich Menschen mit der Maske fühlen. Und dann gibt unsere Kanzlerin weiterhin zum Besten, dass es ja nur zu unserem Besten ist. Das ist das, wie sich Menschen fühlen unter der Maske. Tja. Das ist so. Eine Frau, Andrea Krüger, hat bereits im April mal etwas aufgeschrieben zum Masken, was sie auch sehr interessant findet. Nämlich zu unserem Umgang mit Masken. Ich habe lange im Krankenhaus, auf der Chirurgie und unter anderem auch im OP gearbeitet. Von daher kenne ich die Anwendung der Masken sehr genau. Im Krankenhaus wird mit zertifizierten medizinischen Masken gearbeitet. Selbst diese werden noch unterteilt in die einfachen OP-Masken, die die meisten Menschen kennen, und die FFP2- und FFP3-Masken. Die einfachen OP-Masken werden am häufigsten eingesetzt. Sie schützen den Patienten während der OP oder der Wundversorgung und Behandlung, dass Keime vom Arzt, Pflegepersonal in die Wunden gelangen. Unter Keimen sind hier Bakterien gemeint, keine Viren. Viren gelangen durch die OP-Masken hindurch. Beim Tragen dieser OP-Masken gibt es strenge hygienische Regeln. Unter anderem sollen diese alle 20 Minuten, spätestens alle 30 Minuten ausgetauscht und entsorgt werden. Dabei um keinen Fall auf die oder an die Maske fassen, sondern nur am Band nehmen und in den dafür vorgesehenen Behälter geben, um in die Verbrennung gebracht zu werden. Beim starken Schwitzen oder sehr feuchter Atmung bitte öfters austauschen. Auf keinen Fall mit den Fingern an die Maske fassen. Beim Aufsetzen der Maske darauf achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert ist. Also aus der Verpackung nehmen, direkt ohne anzufassen, aufsetzen. Um Viren abzufangen, werden FFP2 oder FFP3 gebraucht. Die haben die nötigen Filter und Ventile, um Viren abzuhalten, behauptet sie hier. Ich weiß nicht, ob dem so ist. Müssen Sie nochmal nachlesen auf den Beipackzetteln zu diesen Masken. Diese Masken dürfen länger getragen werden, im Maximalfall bis zu 8 Stunden. Die Anwendung gilt wie bei den OP-Masken. Das ganz kurz zu den medizinischen Masken. Vom Bürger wird jetzt erwartet, bzw. er wird verpflichtet, eine Maske zu tragen, die nicht zertifiziert ist. Eine Maske, die man sich möglichst selbst aus Baumwolle oder ähnlichen Stoffen näht. Diese Stoffe sind beim Tragen über Mund und Nase, unsere Atemwege, höchst bedenklich. Die Baumwolle hält keine Viren ab, wie die OP-Masken. Da meint sie aber jetzt die FFP2 und die FFP3-Masken. Wir reden hier doch aber von einem Virus, oder? Es heißt vom Gesetzgeber folgendes. Auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist der Abstand von 1,5 bis 2 Meter einzuhalten. Auch auf meine Nachfrage beim Gesundheitsamt, weshalb die Masken getragen werden müssen, bekam ich die Antwort, man muss die Masken lediglich als Reminder verstehen, um den Abstand einzuhalten. Allein schon diese beiden Aussagen bestätigen, dass die Masken niemanden schützen. Nicht den Träger und nicht die anderen. Jetzt kommen einige und sagen, naja, es hält aber die Tröpfchen auf beim Niesen und beim Husten. Sorry Leute, ich niese oder huste niemanden ins Gesicht. Ich bevorzuge es, in ein Einmaltaschentuch zu husten oder zu niesen, um dieses dann direkt zu entsorgen, in den Müll. Ungern möchte ich den ausgehusteten Schnodder dann in meiner Maske weiter an meinem Gesicht kleben haben. Nein, im Ernst. Sichtbare Partikel werden sicher von der Maske aufgehalten, weil die unsichtbaren Partikel gehen auch dann da durch. Es ist Baumwolle. Und genau in diesen für unsere Auge nicht sichtbaren Partikeln befinden sich die für uns nicht sichtbaren Viren. Kurz und gut, wir können mit dem Tragen dieser Mund-Nasen-Bedeckung niemanden schützen. Was tun diese Masken aber? Sie belasten die Gesundheit des Trägers. Die hygienischen Vorgaben beim Tragen dieser Mund-Nasen-Bedeckung sollte genauso eingehalten werden wie bei den einfachen OP-Masken. Jetzt sehe ich aber, wie die Menschen da draußen mit dem Stoffe umgehen und ich sehe dort massenweise neue Lungenkranke, ganz ohne Corona. Warum? Viren und Bakterien befinden sich ständig um uns herum. Wir können das nicht vermeiden. Wenn wir jetzt ein Stück Baumwolle im Gesicht haben, sammeln sich da eine Menge Bakterien und Viren an. Teils von außen, teils von innen, durch unsere Atmung. Unsere Atmung ist feucht. Dadurch entsteht in dieser Mund-Nasen-Bedeckung ein wunderbar warmfeuchtes Milieu. Ein idealer Nährboden, damit sich die Bakterien vermehren können. Sekundär-Infektionen drohen. Dazu kommt es zu einer erhöhten CO2-Rückatmung, denn normale und gesunde Gasaustausch O2-CO2 ist nicht mehr gewährleistet. Kreislaufschwierigkeiten und Kopfschmerzen sind hier die harmlosesten Auswirkungen. Beim Abnehmen der Maske fassen sehr viele Menschen den Stoff direkt an. Somit besteht die Gefahr, dass sie sich dann sogar vermehrt mit Viren auch mit Corona anstecken können. Ich könnte jetzt noch viel mehr auflisten, aber mache jetzt Schluss. Ich bin nicht rechts- oder ein Wutmensch. Ich bin nicht unsolidarisch oder asozial. Ich möchte aufmerksam machen auf die Gefahr. Ich möchte aufrütteln, damit wir in ein paar Monaten nicht haufenweise Menschen mit Asthma, chronischem Reizhusten oder wirklich schweren Lungenerkrankungen haben. Und das ganz ohne Corona. Das schreibt die OP-Schwester Andrea Krüger. Vielen Dank dafür. Tja, jetzt bin ich soweit durch. Und ich hoffe, dass wir als Menschen langsam mal ein bisschen Vernunft einkehren lassen und diesen Maskenquatsch einfach lassen. Das wäre jetzt mein Wunsch. Und damit schließe ich jetzt meinen kleinen Vortrag hier ab. Ja. Vielen Dank.